Ich hab jetzt, lass mal auf, Ferdi, wir machen jetzt was ganz anderes. Ich hab das gesehen, wir haben so viele junge Leute hier sitzen, technische Mitarbeiterinnen und auch andere sehr interessierte Leute. Einige jüngere Leute gehen jetzt, weil sie denken, da kommt was für sie. Gut, und jetzt kommt auch was für sie. Ich hab mir das immer gewünscht, mal richtig von jungen Leuten zu sein. Und ich dachte mir, Ferdi, wir müssen mit der Zeit gehen. Wir müssen auch unsere, ja, unsere Zuschauer von morgen, die müssen wir binden an uns. Und ich hab was krass cooles mitgebracht. Du musst mal auf die Kids werden das sofort checken. Hier. Oh, Annette, hättest du eine bessere Idee, was zu machen mit den Kindern? Ich könnte anbieten, ein themenbezogenes Basteln mit Essensresten. Sehr schön. Und über eine Nachtweilung an der Stadtautobahn. Guck mal, da sind sie richtig gelangweilt. Aber hier bei der Mütze, da hat's richtig zicken. Guck, wie sie gucken. Die checken schon gleich. Ihr wisst noch nicht Bescheid. Ganz kurz, zur Herkunft von der Mütze, die hat mir meine Mutter vor langen, langen Jahren mal zu Weihnachten geschenkt, nicht so oft getragen. Und ich bin ja nicht jeden Tag in Spitzbergen. Und jetzt hab ich letztens auf MTV, da hab ich so eine Gangster-Rap-Gang gesehen. Ey, so Typen um so ein Feuer rum im Park, ganz retromäßig. Und der Chef von denen, so ein riesiger Afroamerikaner, der hatte meine Mütze auf. Da hab ich mich gefragt, meine Mutter, schick dir jetzt auch Geschenke in die Bronx? Oder wie sieht das aus? Und da hab ich mir gedacht, Ferdi, der kam so cool rüber. Ich, ich, ich will auch mal cool rüberkommen, verstehst du? Und heute, da, die Kids, die checken, yeah, du checkst es schon. Du hast deinen Helm schon abgenommen, ne? Klasse. Das ist, pass auf, ihr werdet ihr das auch merken. Vielleicht merkt ihr das auch. Und ich sehe ja einige Ältere, die auch denken, ja, ich möchte auch nachts im Park rumlaufen. Möchte Joe sagen. Und möchte Pampers in den Hosen haben. Ja, pass auf, das ist ganz wichtig, die Hose muss eine gewisse Höhe haben. Zu eng oben, egal. Pass mal auf, was gleich los ist, wenn ich die Mütze aufwappt werde. Puh! Puh! Yeah. Ist richtig ein bisschen kühl geworden, Alter. Alter, du checkst das, spürst du das, spürst du das, ich spür richtig, wie innerlich der Respekt von der ganzen Gang steigen. Yeah, yeah, check das auch wieder, guck, da haben die Spaß. Pass auf, und die reden ja gar nicht mehr normal miteinander. Es wird ganz anders kommuniziert. Check das jetzt. Habe ich noch eine Frage? Finde ich jetzt nicht so schlimm, dass du ausgerutscht bist, aber wieso spuckst du in das Mikrofon rein? Nein, 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 ich spuck nicht ins Mikrofon. Ferdi, da ist die Beatbox, da ist die Sprache der Jugend. Guck mal, da haben wir Spaß hier. Da würde ich gerne mit einsteigen in die Gangsterbox, in den Beatrap, dass ich auch mit spucke. Natürlich. Nee, 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 warte, stopp, halt, halt, nein, 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 so läuft das nicht. Ich meine, du bist ja noch gar nicht in der Gang. Wie komme ich denn in die Gänge, in die Gruppe? Lass auf, Ferdi, es gibt ja ein spezielles Zeichen. Was ist wohl unser hippes Accessoire? So ein Anzug in Zahnstein? Oh mein Gott. Ferdi, das ist die hippe Mütze. Ich wusste genau, wenn ich die aufhabe, dann will er natürlich auch dabei sein. Und ich war clever. Ich habe vorgebeugt, ich habe dir was klasse mitgebracht. Ferdi, take this hat, be cool, be part of the gang. Ich habe das Gefühl, der Respekt sinkt gerade so ein bisschen. Der rutscht gerade völlig durch. Auf jetzt ist es ja noch schöner, guckt euch das mal an. Es ist nur, damit ich das höre. Jali, du siehst aus. Wie jetzt? Weißt du, wie du aussiehst? Du siehst aus wie Arafat auf Helgoland, weißt du das? Was für ein Fahrrad? Ist egal. Er ist drin in der Gang. Pass auf, Ferdi. Ich kriege dir jetzt einen rhythmischen Teppich. Du steigst ein und dann sprechen wir beide zusammen die Sprache der Jugend. Okay, yeah, let's do it. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Was? If you be my girl. Uh, mach mit, je brennt die Hütte. Der ganze Brennt die Hütte. Ferdi, Ferdi. Was denn? Guck doch mal genau hin, seh jetzt, Bastard. Guck mal ganz genau hin. Das war die Sprache der Ex-Jugend, nicht? Ja. Mann, ist das... Ganz kurz, ich bin gleich wieder für euch da. Pass mal auf, wenn du die jungen Leute erreichen willst, dann musst du auch an deinem Körper arbeiten. Ja, du musst mal was an deinem Move tun. Am Move? Nicht am Move, am Move, sag mal, ich bin nicht so versteht, das weiß ich auch gar nicht. Guck dich doch mal um, hier, guck mal, wie die jungen Leute stehen. Guck mal, wie er da an der Säule steht, das ist doch kein Stehen. Junge Leute stehen nicht mehr so steif. Die stehen nicht mehr, die sind einfach nur da, die sind so... Das ist keine Bewegung, die sind einfach so... Und wenn die dann, wenn die sich... Also gehen kannst du das nicht mehr nennen, das ist mehr so ein Walk-Event, das ist so ihr. Gute Entscheidungsfindung, die dauert manchmal. Ja, und geh ich jetzt, ich weiß nicht. Aber wenn der Mark Kevin dann losgeht, ist echt ein Hammer, also ihr. Was hast du mal beim Osteopathen gesehen? Oh nee, das ist keine Krankheit. Guck mal genau hin, man sieht auch sehr schön, wo die das her haben. Die haben das aus der Augsburger Puppenkiste. Yeah. Urmelit. Urmelit. Was ist denn jetzt? Faden verloren. Hier riecht es irgendwie nach Racklech, hier ist ganz übel. Und dann diese Bewegung. Die gehen ja immer gleich, vorwärts, rückwärts, mal. Aber zusammen mit dem Racklech, harte Mischung. Pass auf, Ferdi. Ey, der Move ist richtig... Du hast einen neuen Move kreiert. Ja, das ist... Ey, super. Pass auf, Ferdi, der Move... Das ist so. Die sind immer so unkoordiniert. So. Pass auf. Okay, du hast den Move. Musikalisch kleiner Tipp noch, bevor wir wieder reingehen. Vergiss mal die Melodien. Nur noch voll krass auf den Beat. Du meinst, was mit Rhythmus? Schawul einfach. Ferdi, check it out. Check it out, Jacke aus. Egal. Das war nicht der Ernst, oder? Wenn, glaubst du, das war ein bisschen Pfeff, das du gemacht hast. Aber das Gefühl, die geht mit Rhythmus, der ist einfach nicht in Ordnung. Weil du dich richtig kannst, wenn du mal reinguckst, du helft rüber, hat doch schön Garsch gemacht. Ne, warst dann da mit Rhythmus, die Rhythmus, ich hab mir das Problem. Nee, das gibt's nicht. Ich denke, das ist okay wieder. Und du brauchst ganz was. Nee, es ist nicht fach. Wenn dir den Fuchs nicht weg, da rausgehst, dann funktioniert das. Das gibt's doch nicht. Kommt das denn? Das komisch ist, dass da einfach Kabelbote ist. Das kann überhaupt nicht für Fuchs noch nicht. Das ist dick, dick, wütig. Aber ich hab extra gedacht, wir brauchen Fuchs mit Foden. Wir haben aber nur Kabelbote gekriegt. Musst aber die bescheuerten Nummer. Ich bin hinter mir, ist doch kein. Ich krieg dich nicht, da will doch gar nicht. Das ist witzig, oder? Auslachen. So, ich denke, guck mal kurz, der ist doch, der Benz vielzeit im Schlafsack, weil er muss, nachts gab es ja hier gar nicht schlafen, jetzt guckt er und sagt, dass das vielleicht das Kabel ist. Okay, das war nur ein kleiner Wackelkontakt, hier am Kabel, so war es das gar nicht gewesen. So, meine Damen und Herren, nach diesem galanten Übergang kommen wir jetzt zu unserer letzten Darbietung. Und ich muss sagen, Ferdi, du hast dich in dieser Jugendsprache wirklich voll etabliert und ich denke, du darfst unsere Hymne jetzt mitsingen. Mit der beenden wir unser kleines halbstündiges Set hier heute. Hast du das gehört, Ferdi? Pass mal auf, ich gehe einfach nochmal so 15 Sekunden zurück, einfach um den Leuten Chance zu geben, einzusteigen. Tja, meine Damen und Herren, und damit beenden wir auch unser halbstündiges kleines Set hier auf dem Dukstein-Festival. Ihr seid so spontan, das ist doch schön. Ich finde, es klang ein bisschen aufgesetzt. Ja, fandst du. So, und, äh, Ben, jetzt musst du aufpassen, kannst du kurz aufstehen. Genau, leg mal das Wirt beiseite, nimm mal die Zigarette aus dem Mund. Und wir kommen jetzt zu unserem musikalischen Abschluss. Ich mache das so ein bisschen Miles Davis-mäßig, mit dem Rücken zum Publikum.